Wie denkst du, wie denkst du, wie wäre unser Leben verlaufen, wenn wir nie in diese scheiß FMS-Scheiße gegangen wären? Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Von dem Zeitpunkt an, finde ich, haben sich alle, weil das war dieses 15, 16, was machst du in deinem Leben und so. Und diese Schule hat mir so richtig gezeigt, da habe ich gemerkt, was möchte ich machen und was möchte ich nicht machen. Ich schwöre dir, ich wollte dir gerade sagen, wäre nicht die FMS gewesen, hätte man nicht mal gewusst, irgendetwas, wo man beginnen soll. Weil das war einfach, die haben dir dort gesagt, was willst man werden? Oder was willst man machen? Und du hast denen gesagt, was du machen willst. Und dann auf einmal sagst du, na, wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Du musst das, 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 erledigen. Du bist ein Wabler. Das heißt, ich schwöre dir, unser Turnlehrer war wirklich so. Er sagt so, schau mal, Trainer, Herr Turnlehrer, hier, schau mal da. Du bist ein Wabler. Ja, ja. Immer so, aber auf Leiband. Ja, ja. Wie findest du, weil wir vorhin über deinen Turnlehrer uns so geredet haben, als Klassevorstand und so, findest du, findest du nicht auch, dass Turnlehrer immer so diese, die sind so am wenigsten in diesem Schulsystem. Ja. Die sind so, das sind so die, so, ja. Schau, es gibt, ich sag immer, es gibt drei Turnlehrer, es gibt drei, es gibt einen Ove Zahra, der ist so wurscht, der kommt, er sagt so, ja, wir haben sich drauf und dann macht's, was ihr wollt. Ja. Dann gibt's diesen Hochathletischen, der so alle zwei Wochen, weißt du, normal Turnunterricht, er macht so Übungen und dann alle zwei Wochen kommt dann Prüfung, gell? So ein Fantasierer gibt's. Und dann gibt's noch den chilligsten, der kommt so und Burschen, ja, wir machen was und so und der Lehrer kommt selber mit die Spiele, weißt du, aber er macht so die Spiele, die Klasse machen wollen, weißt du, was ich meine, das sind so, das ist so mein Favorite-Type, Type-Autoun-Lehrer, weißt du. Wir sind ja jetzt schon urlang aus der Schule raus, also eigentlich schon. Extrem, bro, das ist jetzt auch schon vier Jahre her, für mich. Alleine dieser Gedanke, also so in einem Klassenraum zu sitzen mit 30 anderen Tschuxeln, die auch alle nicht wissen, was die machen sollen, bro, dieses Konzept macht irgendwie so in meinem Kopf, ist so urkomisch, wenn ich so drüber nachdenke, weißt du, so im Nachhinein, Bro, wir sitzen mit 30 Leuten dort, alle machen im Endeffekt nicht das, was sie sich, für das sie sich jetzt entscheiden, was sie tun wollen, so. Urzach. Es kommt drauf an, weißt du, ich hatte das, also, in meiner, also in meiner Schulzeit, hatte ich schon so, manche, also manche Leute in der Klasse waren schon so, du hast dir angeschaut, das küsst, ah, der wird was. Wirklich? Ja, ja. Ich hatte, ich hatte aber so, weißt du, in einer HTL ist es anders, du musst dir denken, ich hatte zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel an so ein Michi, ich glaube Michi, Michi Schmid, und, halt, sorry, falls ich jetzt irgendwas so, Shoutout Michi Schmid, Shoutout Michi Schmid, der Dude hatte einfach ärgstes Talent, einfach so, der konnte einfach alles, programmieren krank, Verständnis krank, Allgemeinwissen krank, einfach alles, was er konnte, und dann irgendwann mal, und von Person her, kennst du die, weißt du, die Nerds, so Type Shit, aber, er war nicht so nerdy, er war so einfach, aufrecht, weißt du, was ich meine, so. Er wusste, was er will. Genau, und, als ich dann so, weißt du, ich bin keinen aus meiner Klasse, so wirklich gefollowed, außer halt so, mit denen ich cool war, oder so, oder irgendwas auf IG, und, eigentlich bin ich allen, aus meiner Klasse gefolgt, das rede ich da, aber, als ich dann sein Profil gesehen hab, hab ich so gesehen, so, er macht auch so, so Krate und so Type Shit, er macht auch Taekwondo und so, die man so, man, that boy gonna write your fucking exam, and at the same time, if you don't wanna write it, you gonna fucking fight, bro, they gonna fucking punch the shit out of you, oder something like, fight you. Wenn du, wenn du Prüfung hast um sechs, und um neun, aber, den Karate Weltmeister werden musst, Bruder, schick kurz. Bruder, ich denk mir so, was geht ab, so, aber no, ich versteh komplett auch, was du meinst, so, man ist eigentlich so, in der FMS haben wir so, haben wir so gewusst, was wir machen wollen, die sagen so, nein, das ist nicht so, und dann, wenn du Schule weitermachst, du sitzt dann dort und bist dann so, bam, du hast dich jetzt für eine Schule entschieden, was immer in deine Richtung geht, weißt du. Ja, genau, du hast mal einen Weg, du siehst doch nicht nur, dass du einen Weg siehst, du siehst nicht nur einen Weg, du siehst doch einen, eigentlich ein Ziel, du siehst zum Beispiel jetzt HTL, soll es HTL sein, soll es, egal was, du hast ein, du siehst, ah okay, wenn ich das fertig habe, dann habe ich das abgeschlossen, perfekt, ah okay, ich habe ein Ziel, ich habe mal was, auf was ich mich fokussieren kann, aber ja, krass. Kommen wir mal in die, in die Gegenwart, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit, die Vergangenheit soll Vergangenheit bleiben. tatsächlich. Was genau, was wirst du wissen? Der Beste, nicht nur wissen, wenn, ich höre mir Pound for Pound an, zum Beispiel, ich höre mir das an, und ich bin motiviert, Sachen zu tun, weißt du, was ich meine? Verstehe ich. Und noch nicht nur das, sondern, wann hast du dich entschieden, in all deinen Liedern einfach Fakten zu sagen? Einfach straight up Facts, Bro. Bro. Einfach so, warte kurz, ich sage euch kurz was. Weißt du, wenn wir haben, ja. Wenn ich dir, wenn ich das wirklich so erklären will, es ist so, wenn ich meine Homies anschaue, weißt du, und jeden Einzelnen, mit dem ich halt zusammenarbeite, oder irgendwie Zeit verbringe, ja. Und ich schaue alle meine Jungs an, und wirklich, und ich sehe, jeder Einzelne hat Motion. Weißt du, was ich meine? und selbst auch, wenn ich jetzt viel, an viel Scheiße denke, weißt du, was ich meine, denke ich mir so, ich will, ich will Musik machen, wo, wo ich mich höre, und ich denke mir, bam, wenn ich das höre, weißt du, es hört sich an, so glaub daran, bleib dran, und so, weißt du, genau, Und pound for pound ist halt so, ein Begriff für niemals verlieren, oder halt nicht zu versuchen zu verlieren, weißt du, was ich meine? Du feitest trotzdem für deine Goals, für dein Ziel, weißt du, was ich meine? Und pound for pound ist auch so etwas wie undefeated, weißt du, was ich meine? Im Sinne von, you are still taking A's, but outside you are undefeated, weißt du, was ich meine? Und, das ist halt das, für mich, was halt so, dadurch, dass ich halt, weißt du, früher, wie ich mit Musik begonnen habe, und so, wie ich meinen ersten Song, also, meinen ersten Song gedroppt habe, ist einfach boom gegangen, weißt du, in der Stadt, so type shit. Und, für mich, pound for pound war so wie ein neuer Chapter, weißt du, was ich meine? Ja, so wie ein neuer Beginn, weißt du, ich habe mit Product of Your Mind eigentlich begonnen, weißt du, Product of Your Mind ist ja mein first Song, den ich so im 2023 gedroppt habe und der war so an, so an meiner Mutter. Das war, deshalb, deshalb habe ich mit Pound for Pound, deshalb habe ich mit Pound for Pound angefangen, weil Product of Your Mind ist für mich ein, das ist für mich, das ist, ich will den Song, ich will ihn, Pound for Pound höre ich mir an und ich denke mir, bam, Marcel, inspiriert mich, bla bla, aber Product of Your Mind ist so, ich nehme den Song für mich. Genau. Das ist, weil, das war auch ein Song an mich, so an mich und an meiner Mutter. das ist ein Song für mich. Und dadurch, dass ich, dadurch, dass, wir haben auch oft darüber geredet, dadurch, dass wir eigentlich als Bezugsperson unsere Mutter haben, immer schon gehabt haben, ja, fix. ich bedeute dieser Song urviel, genauso wie zum Beispiel von Jonathan's Soldiers. Ja. Das sind so für mich Songs, so Product of Your Mind, Soldiers, das sind Songs, die mir urviel bedeuten, einfach nur als Fan, weißt du was ich meine? Socialist ist auch einer meiner Favorites eigentlich. Ja, ja, voll. Weil er einfach so goddamn real ist und wenn du ihn hörst, du kriegst einfach Goosebund. Aber Product of Your Mind ist halt, ich hab damals, Jonathan war ja hase, als ich das gesagt habe. Ja. Es kommt, es war Product of Your Mind und Pound for Pound kommt raus. Pound for Pound war so zwei Tage raus. Ich geh in den Diskut rein, ich sag, Marcel, du warst nicht da. Ja. Ich so, Marcel ist der beste Rapper in ganz Wien, mir ist scheißegal, alle anderen irgendwelche. Was? Ja, ja, ja. Also, ach so. Aber Bro, ich hab das, ich hab das gefühlt anders. Mann, ich liebe Jonathan. Weißt du, was ich meine? Aber ich wusste, ich wusste, wenn ich das sag, und ich sag es noch so, Alin Wien, egal wer. Das wird ihm so sterben. Weil du genau gesagt hast, egal wer. Ich hab halt extra auf diesen, weißt du, aber egal. Ich müsste dich auch getroffen haben, mit dem Song. Bro. Eben, weil, deshalb hat mich auch Soldiers so getroffen. I wasn't ready for that song, now I'm here to run my wrongs, brother, the scheme is gone. Können wir uns das anhören eigentlich? Natürlich können wir uns das anhören, oder? Of course, man. Dann machen wir das gleich einmal. Also, der Song ist eigentlich auch sehr wichtig für meinen, für meinen, ähm, Einstieg, weil, das ist so ein, eine Route von mir, also eine Source von mir, so, wo ich mal, wo ich einfach nur so diesen motivational, Facts talk und so, weißt du, so, relatable stuff, weißt du, ongoing stuff. Findest du das, findest du es schwerer, ähm, über, weil es gibt halt viele Musiker oder viele Leute, die sich nicht trauen, nicht nicht trauen, aber sie wollen nicht wirklich viel auch von ihren Gefühlen zeigen. Ja. Ich habe schon letztens einen Podcast mit einem Homie gehabt und er hat mich dann gefragt, jetzt habe ich zu viel von meinen Ding-Gefühlen und so gezeigt. Ja. Und ich war so, und deshalb die Frage, wisst du, fällt es dir schwer, so von deinem Herzen zu reden? Ich muss ehrlich sein, nein, nicht wirklich, weil, es kommt ja immer darauf an, ähm, wie du's, also, wie du halt deine Musik machst, ja. Ja. Es kann dir entweder komplett wurscht sein, weißt du, und du rapst einfach irgendwas für Fun, oder wenn du irgendwas zum, zum Beispiel irgendwas zum Sagen hast, wo, auf jeden Fall, es sollte, es sollte nicht, also in der Musik soll es dir nicht schwer tun, weißt du, weil das ist eigentlich der, das ist eigentlich der Ort, wo du's eigentlich rauslassen sollst, ja, weil, wenn du mit niemandem redest, wirklich mit deinen Problemen oder allgemein, ja, du lässt es mit dir einsickern, ja, das heißt, wenn du nicht wirklich mit irgendjemandem redest, aber du machst Musik, das heißt, dass du redest mit dir selbst, ja, und das ist so wie, Therapie, Therapie, Type-Shit, ja, ähm, und, ja, Product of your mind ist der Start, press es mal auf, oh, ja, man, Shoutout zu Bellagio, man, 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 was you doing all the time, I had to get some back, I had to focus on my mind, I had to focus on my mind, I had to focus on me, it's a lot on my heart, but this shit's way too deep, I ain't spillin' my emotions on the sorry ass, fuck, Mr. Trump, he be sorry in a week, man, bist du deppert, bro, Bro, alleine wie du reinkommst, tschau jetzt, ah, I'm trying to build an empire like I'm Lucius, I'm always on some true shit, but I'm looking confused, and all the niggas like me, there's no improvements, but I'm on one of them, you're taking care of my loose ends, you say he love me, you and you and we gotta prove it, and I'll be on the streets like I got some to prove too, niggas struggling, that's why all my niggas cook food, that's some good stew, that's why all my niggas stuck too, from the stopper cover to the stop, you could be in here on the field, when we callin' go, my brother put up on me and a baby blueberry fit in, and she ain't complaining, she can curse in a man, I just took her best and now she hurt in her feelings, she's the only one, I tell my brother she be trippin', Bist du deppert, bro. Bro, dieser Song. Unglaublich. Unglaublich. Wenn ich das sag, in der Zeit, also in dem Moment, wo ich den aufgenommen hab, hab ich mir gedacht so, Herr, ich will jetzt, ich will jetzt wieder konsistent beginnen, ich will jetzt was tropen, ich will was sagen. Aber der Song ist auch sehr ernst. Sehr ernst. Sehr ernst. Ich sag jetzt auch mal, weißt du, wie ich einsteig, ich sag so, I'm trying to build an Empire like I'm Lucius. Weißt du, wenn du Empire geschaut hast, da draußen schau dir dann die Leute, die Empire geschaut haben. Ist in Österreich nicht so angekommen, Bro, ich sag dir ehrlich. Bro, ich muss schon sagen, schon. Wirklich? Ich hab schon von mehreren Leuten gehört, dass sie Empire geschaut haben. Wirklich? Ja, weil ich hab schon von ein paar Leuten auch gehört, dass ich ausschaue wie Lucius Lion. Weißt du, was ich mein? Und wenn, und wenn du Empire schaust, wer Lucius Lion ist und welche Position er hat in dem Film. Ja. CEO type of thing. Yes. I am the type of boy. Weißt du, und deswegen, ich find's, ich feier es für mich, wie Lucius Lion, weißt du, sagen, du schaust so aus wie er. Irgendwie so, ah, das ist nice. eigentlich ist mein Traum so, in so einer Position zu sein. weißt du. Ich kann mich nur erinnern, Bro, an den Podcast, den wir vor zwei Jahren hatten. Oh. Der Podcast, der Name, meinst du den Audio Podcast, oder? Ja, der Audio Podcast damals noch, der Name von dem Podcast war, ähm, Future CEOs vor zwei Jahren. Na, vor drei Jahren sogar. Drei Jahren. Vor drei Jahren. Vor drei Jahren war der Podcast, der Podcastname Future CEOs. Das ist arg. Und, wir sitzen jetzt hier, und wir gehen noch immer diesen Weg. Exactly. Von den Future CEOs. Exactly. Und das, finde ich halt, ist halt, deshalb, ich mag's mit Leuten abzuhängen, oder was auch immer, die, wie du sagst, moving. So ist es. Die Movement haben. Jeder, also, weißt du, es ist ein bisschen zart, wenn du, weißt du, the people around you, they make you. Ja. 100%. Und, ähm, nicht nur, ich mache jetzt auch Englischmusik, ja. Das heißt, das ist nicht meine alltägliche Sprache, die ich spreche, ja. Ich setze mich wirklich hin, und denke, weißt du, denke mir was in Deutsch, und, übersetze es in Englisch. Oder ich denke mir so. So schreibst du deine? Auch. Aber eigentlich denke ich in Englisch. Auch. Also, ich denke mir an eine Situation, und dann kommt das einfach. Und dadurch, dass ich freestyle, und mumble, okay, dann fülle ich auch meistens immer dann so, die Wörter ein, ja. Und, ähm, und es ist auch immer ein Konzept dahinter, ja. Das heißt, Product of Your Mind war easy für mich, weil, ich habe einfach ein Konzept gehabt, und ich wusste einfach, wie ich mich, wie ich einfach durchkomme, weißt du, bouncy, wavy, weißt du, ein Flow, der Sound, immer schon, weißt du, das war, das war das Wichtigste für mich, früher schon immer. Melodie, Sound, war für mich immer das Wichtigste. Und jetzt einmal auch, mit, mit einem, mit einem, mit einem Type of Sense zu befüllen, weißt du, mit wirklichen Wörtern einfügen. Hast du eine, hast du eine, eine Steigerung in deiner Kunst selber gesehen? Ja, ja, definitiv, ja, definitiv. Und das ist halt auch vom Denken her, und wie ich die Songs auch angehe, ja, das heißt, ich denke mir gleich was und rede was, also ich sage was, und das ist dann das, was ich, oder ich fühle was, und ich, weißt du, dann, es geht einfach, es geht einfach viel chilliger, weißt du, und die Flows auch, weißt du, die Flows haben sich so verändert mit der Zeit, und ich muss ehrlich sein, ich bin some type of wish stolz auch auf mich selber, weil ich habe eine lange Pause dazwischen gehabt, weißt du, wenn du, wir haben das schon im ersten Podcast schon beredet, ich hatte so eine Zeit, wo ich einfach Musik einfach auf die Seite gelassen habe, weißt du, aber ich habe mich trotzdem beschäftigt, Shoutout an Filim, an Jonathan, und Connor auf jeden Fall, das waren so die Leute, die mich in der Zeit irgendwie beschäftigt gehalten haben, weißt du, die haben mich halt so wirklich, jedes Mal ins Studio geholt, also bei Jonathan zu Hause, du musst denken, nach Bundesheer, ich bin vom Bundesheer zu ihm gekommen, du und Jonathan schuldet es der Welt eigentlich noch ein Feature, ja, definitiv, ich sage noch, aber bitte erzähl weiter, aber die Zeit kommt noch, das ist alles, jeder macht seinen Hustl, und jeder weiß, wie er movt, weißt du, und deswegen ist es immer Respect und Love for each other, weißt du, und ich sehe es immer geil, weißt du, auch für dich, bro, weißt du, ich weiß von Anfang an, ich verstehe dich, weißt du, du weißt ganz genau, ich bin immer der, dass dich auch verstehen kann, immer, ich habe, weißt du, I'm not worried, du bist einer so, wo ich mir denke, so I'm not worried, und das Geile ist, ich kann das von den meisten meiner Close People sagen, I'm not worried, weißt du, und ich bin auch nicht worried, dass die Leute über mich worried sind, weißt du, nämlich sobald deine Leute, dich dann in Frage stellen, weißt du, something changed, something stopped working, weißt du, was ich meine, something is happening, und, und, Passiert aber auch, hey, das ist, wir g-testen uns jeden Tag, jedes Mal, das ist, das ist so, weißt du, ich meine, das ist, normal, wenn du mit standhaften Leuten unterwegs bist, weißt du, ich meine, wir machen es nicht verbal jetzt so oft, weißt du, wir roasten uns alle gegenseitig, verbal ist normal, aber ich meinte wirklich so, mit deinen Homies reden und über deine Vision reden, was du vorhast, weißt du, man sagt immer so, ey, behalte die Sachen für dich und so, das ist Blödsinn, wenn du wirklich Leute hast, die was in deine Vision glauben und deine Homies sind, talk your shit mit denen, weißt du, sag denen, was du vorhast, weißt du, wenn du weißt, er legt dir nicht einen Stein vor die Tür, weißt du, was ich meine, und das ist wirklich auch ein Sense, den man rausspüren muss, weißt du, dieses Gefühl haben, so etwas zu spüren auch, weißt, weil du das jetzt gerade, ich stimme dir zu 100% zu, die Schwierigkeit ist aber eigentlich in dem Ganzen nur zu finden, welche Person glaubt wirklich an mich oder welche Person, nicht, dass sie nicht an mich glaubt, aber dass sie mich auch nicht unterstützt, wie soll ich das sagen, dass sie, wie weißt du, dass die Person die richtige, die richtige Person ist, dieser Person das zu erzählen, ohne dass du jetzt weißt, okay, der geht jetzt zu dem, der geht jetzt zu dem, der talkt jetzt shit über das, der talkt jetzt shit über dem, es ist halt, das ist, finde ich, immer die Urschwierigkeit, wie, gehst du nach Bauchgefühl, wenn du, wenn du dich, ja, definitiv, und auch auf Vibes, weißt du, was ich meine, das fangt schon mal so an, wenn wir in einem Raum sind und ich sehe einfach, also, ist nicht so, jetzt wäre ich observive, aber, weißt du, meine, weißt du, ich check halt ab, was abgeht, so, ich check halt, was abgeht, das ist das Normale, und wenn du, wenn du siehst, einer ist schon mit der Type of Energy nicht drum, auf dem, weißt du, irgendwie, du kannst nicht irgendwie werben oder du, du brauchst noch irgendwie, dann wird das nicht so, weißt du, dann kannst du nicht so gleich reingehen, weißt du, außer ist es jetzt so, ein Artist, du hast schon was gehört und so, du siehst die Vision, weißt du, ja, und die kommt ins Reden und so, und ich sitze, hier kommt es in eine Vibe oder so, weißt du, dann ist auch der Moment, wo du dann sagst, hey, es schaut so und so aus, man könnte, weißt du, das ist so ein Locked-In-Shit, weißt du, und sobald mit jemandem Locked-In bist, weißt du, und ihr versteht sich auf irgendeinem, dann ist nur noch Zeit die Rolle, weißt du, ja, voll, und der Preis dafür ist halt dann eh Regret am Ende, ja, wow, wieso, ja, Bruder, warte kurz, warte kurz, ja, es ist aber so, du kannst es nur regretten, wenn du jemandem vertraut hast, der Preis ist immer regret, ja, ist immer regret, deshalb bist du von uns beiden hier der Rapper, weißt du, was ich meine? Nein, es geht nicht mehr, ich bin so mehr, ich bin so mehr, ich sehe mich jetzt eigentlich mehr als Artist, weißt du, interessant, ich bin nicht wirklich als Rapper, weißt du, ich rapp schon, ja, genau, ja, aber ich bin ein Artist, was ist für dich der Unterschied zwischen einem, weil es ich, für mich der Unterschied, also ich sage dir von meiner Seite, wenn ich, wenn mir jetzt einer sagt, ich bin Rapper, dann ist er in diesem Rap, also er ist Battle Rap, er ist fully drinnen, er ist fully drinnen, er geht Cyphers, er geht bla bla bla, er geht alles, so, ja, ähm, und er ist spezialisiert auf Rap, genau, Rap, ja, das war's, ja, und es gibt solche Leute, und das ist auch hugeil und so, es ist auch geil, krank, ein Artist ist für mich einer, der das Genre einfach so switchen kann, genau, ich finde zum Beispiel so jemand, das ist das, was Drake finde ich auch so gut, ein Artist ist auch ein Schauspieler, ein Artist ist auch ein Künstler, weißt du, der was Gemälde malt, der Typ, Johnny Debson, Johnny Debson ist ein big ass Artist, er ist ein, er ist Schauspieler, aber du kannst nur als Schauspieler sein, oder du siehst ihn als Artist, dann schaust du dir sein komplettes, er ist ein kompletter Katalog, ah ok, er hat Bilder gemalt, er hat Musik gemacht, er hat das, ah ok, er ist ein Artist. Stell dir vor, du spielst einen Charakter so gut, dass du ihn nicht mehr ersetzen kannst. Das ist ein, ist das ein, ich gebe dir einen, ich gebe dir einen Schauspieler, den du nicht ersetzen kannst. Wen? Heath Ledger mit, Joker? Joker. Spiele einen Charakter so gut, dass du ihn nicht mehr ersetzen kannst. Glaubst du, es wird noch einen Captain Jack Sparrow geben, der besser ist als Johnny Depp, und deshalb ist er ein Artist. Weil du bist irgendwas Besonderes, du kannst einfach in einer, in einer Figur reinsteppen und du machst es einfach so crazy, dass einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, so lange endet, bis du stirbst als Charakter. Ja? Ja. Krass. Und das halt eben, weil du, das wollte ich vorhin sagen, das finde ich halt, macht Drake zum Beispiel unter anderem so gut. Er switcht urviel Genre im Hip-Hop-Bereich. Sowieso, ja. Und das macht ihn halt so erfolgreich, weil er holt sich dann, er holt sich zuerst die Zuschauer von R&B, dann holt er sich die Zuschauer von Pop, dann holt sich die Zuschauer von Rap, dann holt er sich die Zuschauer... Der Vater hat gesagt, if you want to be someone, you have to sing and rap, bro. Ah. Sein Dad ist der, der was ihm gesagt hat, yo, bro, du sollst eigentlich sing and rap. Nicht nur rappen. Nicht nur rappen. Sing and rap. Ja, mach dich besonders. Das war, das ist dasselbe wie bei Chris Brown, ähm, wo, er war ja Sänger, er war ja auch Rapper, Sänger und Tänzer. Aber Chris Brown ist King of, ist der, ist der Prince. Ist der Prince of, na, ich würde schon sagen, King of Pop auch schon. Wirklich? Chris Brown, ja, sicher. Ich meine, er ist eigentlich, so nach, so du kannst niemanden anderen finden, der was so gut tanzen kann und singen gleichzeitig kann wie Michael Jackson, oder? Asher? Irgendwo? Ja, ja, okay, ja, okay, okay, aber als, aber Chris Brown ist so, ich weiß genau, was du meinst, ich weiß genau, was du meinst. Asher ist so für die neue Generation, weißt du, für die, für die, für die neue Generation vielleicht, nicht so wie Chris Brown, weißt du, aber ich würde sagen, Asher hat getroffen, weil ich bin mit Asher aufgewachsen, genauso wie mit Chris Brown aufgewachsen. 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, ich würde sagen Chris Brown. Chris Brown. Ja, weil er bis heute noch immer boomt, aber Asher boomt auch letzte Zeit. Sehr arg. Hast du dieses, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. She got a man, right? She got, das Dreckige ist ja, wenn wir jetzt, schau, wir tun jetzt Thema wechseln, okay, aber das ist funny, weil, du musst dir denken, hast du Aschers Shows mal gesehen? Bro. Hast du, hast du Aschers Shows mal gesehen? Bro. Es gibt Momente, wo er durchgeht. Oh, ich hab die Kamera befreit. Er geht durch. Er schaut, er schaut von jeden, wirklich. Von jeden. Von jeden. Es ist egal, ob Jay-Z und daneben bin. Ja. Er macht, und dann macht er den zu dir. Und macht er zu denen zu Jay-Z. Aber du verstehst, was ich meine. Aber Aschers ist so, ein different type of dude. Ich weiß nicht, es ist Aschers. Es ist Aschers. Deshalb, ich sagte, Swiss Beats ist so, es ist Aschers. Und Chris Brown könnte das nie machen. Niemals. Niemals. Niemals, so wie er es macht. Jeder wird gleich schrepen. Ja, ja, ja. Trust me. Ja, ja, Aber na, let's talk about this, man. Aber es ist schon funny. Es ist schon funny, ja. Es ist momentan trending. Ich sehe von Aschers, boomt es, weißt du was ich meine. Aber, ja. Würdest du, würdest du in Zukunft, ähm, ich finde deine Sachen sind jetzt sehr deep und so, was ich halt extrem, das ist meine Lieblingsmusik, dass ich zum Beispiel, so meine Lieblingskünstler zur Zeit sind so, Kendrick, Kid Cardi, Leute, die ein bisschen noch deeper gehen, weißt du was ich meine. Ich mag das, uh, 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 und vor allem Kendrick Lamar, er sagt, du bist ein Tugsel, man, du bist irgendeiner, Bla, bla, bla. Und ich bin so, oh mein Gott, der hat so recht. Weißt du. Und Pound for Pound genau dasselbe und Product of your mind. aber hast du vor in nächster Zeit oder hast du generell vor oder wie es kommt halt, ähm, in diese good time, good feelings, weißt du was ich meine, in diese Richtung zu gehen? Keiner, keiner so, also du musst denken, du hast jetzt, du hast jetzt auch, ähm, so, eins der Artist eigentlich aufgezählt, die was eigentlich dich auch gehört hat, also mehr früher und so. Ja. Du musst denken, ähm, Kid Cardi war eigentlich einer der, du musst denken, schon frühzeitig flexibelsten Rapper, so, weißt du. Ich hab, weißt du war nicht ihn kennengelernt, also was, weil ich seine Musik gehört habe, ich hab Day Night natürlich. Day Night, ja. Klassiker, sorry, dass ich unterbreche. Day Night natürlich, aber dann erst, ich glaub 2018 oder so hab ich erst begonnen zu hören, ganz spät, ganz, ganz spät, ganz, ganz spät. Aber bei mir war es auch so selbe Zeit eigentlich, er hat so gute Collabos gemacht in der Zeit, die was einfach so catchy waren und so ein nice, so ein nicees Sound einfach, so. und ich hab, also Kid Cudi ist einer davon auch gewesen, aber meine, wirst du, ich komm von The Weeknd hören, musst du dir denken. Und wenn du, und wenn du von The Weeknd, The Weeknd ist schon sehr, sehr deep in Musik, weißt du, R&B und Soul, weißt du, das ist für mich, ich weiß, was du meinst, weißt du, und ich versuch halt gerade das, was du, das, was wir vorher geredet haben, dass du dein Pain rein spielst, jetzt ist genau der Zeit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, deinen ganzen Pain rauszuspielen, wirklich deine ganzen Gedanken rauszuwerfen, einfach mal leer machen, den Container, einfach diesen Container lernen und Musik genießen, machen, einfach dranbleiben, weißt du, auch wenn es, weißt du, ich mag es zu speten, ich mag es ab und zu melodischer zu singen, melodischer zu rappen, also ich bin relativ flexibel, was das auch angeht und das ist einfach, weil meine, was ich gehört habe früher, vom, ich bin auch aufgewachsen eigentlich so mit R&B, früher habe ich eigentlich auch, als Kind, habe ich auch ein bisschen gesungen und so, aber mit der Zeit habe ich dann, und dann ist dann so, Karim und Faris in mein Leben dazu gekommen und wir fangen uns an, jeden Tag so Battle zu rappen, weißt du, und wir haben so, auf Kodak Blacks, Griller haben uns gegenseitig getest zum Beispiel, weißt du, oder vom Donaplex habe ich mit Daniel und Chakal, also mit, ja mit Chakal, noch vom Donaplex haben wir uns gegenseitig getest, einfach A Cappella, jeder gegenseitig, du hast gehört, was er gesagt hat und dann hast du das genommen, weißt du, du hast ein bisschen gekontert und so, du hast gesehen, dass die alle urlogged in waren und dann war es einmal so, eine Zeit, wo wir nur, wo wir uns getroffen haben, wir dissen und so und es sind dann immer so, ein paar Leute dazu gekommen und dann irgendwann war halt wirklich ein kompletter Kreis um uns so, wirklich so, 30, 40 Leute, so drei Kids sehen, die man sich mit einem Beat, weißt du, einfach so dissen und so, weißt du, und das war nice. 22 living, huh? For sure, man. For sure. Und ich komme halt, so, ich will jetzt nicht sagen, weißt du, ich mache Musik wirklich gerne, weißt du, und ich könnte mich nicht selber sehen, das aufzuhören, weißt du, oder irgendwie nicht involviert sein in dem Aspekt. Ich finde es so schön, dass du das gefunden hast für dich, Bro, dass du einfach so dein Ding entdeckt hast für dich. Ich muss schon sagen, daran ist eigentlich auch mein Vater, also mein, shout out, mein Dad, der ist, er spielt Instrument. Was spielt er? Duber. Riesengroße. Das Problem ist halt so, Duber wird nicht in vielen, in vielen Stücken, in vielen Stücken gebraucht oder verwendet, weißt du, und mein Vater war schon in einem Orchester dabei, aber er hat jetzt auch nicht so wirklich so viel gespielt und ich habe auch letztens mit meinem Dad geredet und er hat gesagt, er hat so einen Lehrer gehabt, der was in Ur, also sein Lehrer war halt genauso auch der Lehrer, der was das Instrument spielt, ja, natürlich, und der hat dann irgendwann aufgehört und dann hat er auch nicht mehr wirklich so Lust gehabt und ihm hat es auch nicht mehr so gefallen und, ja, mein Vater ist noch immer deep in der klassischen Musik, ja. Hast du als Kind viel mitbekommen, so, bei uns, also, wenn meine Mutter zum Beispiel gekocht hat oder geputzt hat, zu Hause, so am Wochenende und so, oder ihren Kaffee getrunken hat, es ist immer gelaufen nebenbei irgendwelche serbischen alten Lieder. Ist bei dir dann gelaufen, keine Ahnung, die siebte Symphonie von Beethoven oder alles, was du dir vorstellen kannst. Wirklich? Durch die Bank? Also, du musst dir denken, so, ich war früher schon als Kind, schon so urbesessen vom CD-Player von meinem Dad und, und du musst dir denken, die erste CD, die ich gehört habe, Dr. Alban. Kennst du Dr. Alban? Dr. Alban? It's my life, it's my, das ist der, den du heute noch in den ganzen RTL-Werbungen hast. Dr. Alban ist auch der Grund, wieso ich gerne zum Zahnarzt gehe. Wieso? Er hat ein Lied, das heißt Dentist und mein Vater hat mich schon als junges Kind reingedrillt mit dem Song, das zum Zahnarzt gehen wirklich gut ist und das ist das beste Lied dafür. Go see the dentist and he say open your mouth and he say open your mouth Vertrau mir, go check your mouth, people. Bro. Go check your mouth. Trust me. Bro. Mit dem Lied, der Typ hat Musik gemacht für die People da draußen. Trust me. Er hieß Dr. Alban. Ich glaube, er war sogar selber ein Doktor. Bro, er war Mutterdoktor, bist du denn? Aber glaube ich eh. Warte, ich google jetzt mal. War Dr. Alban? Dr. Alban. Genau wie man es schreibt. Ja. Dr. Alban. Alban. Ja, da hast du ihn nicht schon gesehen. Schwedischer Musiker-Rapper Dr. Alban Zahnarzt. Der war wirklich Zahnarzt. Ja, der war wirklich Zahnarzt. Motherfucker, was... Ja, Mann. Und das war der erste, also den ich realisiert habe, dass ich Musik gecheckt habe. Alban beendete sein Studium und eröffnete eine eigene Zahnarztpraxis. Trotzdem behielt er seine Anstellung als DJ. Ja, Mann. 1993 traf er Dennis Pop. Bist du deppert, Bro. Ich sag dir, wenn du einmal in der Musik drinnen bist, du kommst nicht mehr raus. This shit catches you big time, huh? Ja, Mann. You lucked in. Bist du deppert, typisch Zahnarzt und Rapper. Ja, Mann. Krass. Ja, Mann. Und das war immer, ich habe immer dieses Lied abgespielt. Stell dir vor, er macht dir eine Blombe. Ja. Er macht dir Blombe, also, Ding, schau, Blombe kann 40 Euro kosten oder du kaufst mir eine CD. Also, ich meine nicht so. Aber ich sage, ich habe den Song so geliebt und Kiss, also Rock, bin ich auch so. Die Generation von unseren Eltern war extrem in dieser ACDC, Kiss, Rolling Stones, in dieser Szene komplett drinnen. Halt, ich habe es schon mitbekommen und so, aber die Band, die ich mitbekommen habe, war Kiss auf jeden Fall. Und da war einer mit so einer langen Zunge. Der war so, der war so mein Favorite von der Band und so, weil ich immer die Bilder gesehen habe, wie er die Zunge rausgestreckt hat. Ich als Kind habe auch immer die Zunge rausgestreckt. Die Mutter hat mich immer gefetzt. Und hat auch immer mit meinem Vater gestritten. Du zeigst ihm diese Scheiße. Klassiker. Und ja, ich bin mit Rock und Dr. Alba und habe ich so realisiert, oh, Musik. Krass. Und dann ist R'n'B gekommen. Ich habe alles von Chris Brown, von, ich muss ehrlich sein, Lil Wayne changed my fucking life. So, Lil Wayne, da habe ich, Bro, Lil Wayne, ich habe ihn gesehen. Ich habe wirklich, also, ich habe Lil Wayne das erste Mal gesehen auf GoTV. Bist du teppert? Das war noch, GoTV war noch, Bro. Das waren noch Zeiten. Early, early TV, Bro. Jeden Sonntag, weißt du, GoTV als Kind. Dann habe ich Lil Wayne gesehen und ich habe mir gedacht, so, Bro, ich will so sein wie er. Weißt du, als young, als young kid, weißt du schon so früh, im Rap-Business drin sein oder Bow Wow. Tut mir leid, Bow Wow. Bow Wow. Ja, man. Jeder wollte so sein wie Bow Wow, weißt du. Das war schlimm. Kennst du das? Als Bow Wow in, in, in Tokyo Drifts mitgespielt hat. Ja, man. Ich habe mir gedacht, crazy. Ich dachte mir, oh mein Gott, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich habe mir gedacht, Bow Wow hat beste, also, beste, youngen Lifetime. Ja. Was ich sagen kann, also, Bow Wow war wirklich so. Ich verlor auf ein bisschen, man hat ihn ein bisschen exposed auch, weißt du, aber er ist trotzdem noch immer Bauer. Natürlich. Ich habe letztens mit jemandem darüber geredet, die Kunst von jemandem, egal was diese Person getan hat, wie schlimm oder wie schrecklich diese Person auch war, sobald es um Kunst geht, ist es meiner Meinung nach so, dass wir Menschen die Kunst von der Person komplett trennen. Also zum Beispiel, wir trennen die Kunst von einer politischen, jemand kann politisch eine Überzeugung haben, die dir nicht gefällt, aber künstlerisch der krasseste Motherfucker sein, den es gibt, du denkst dir, oh mein Gott, ich bin in einer Zwickmühle, in einer moralischen. Weil er entspricht nicht meinen Vorstellungen, aber er macht kranke Kunst. Ui. Welche Person, welche Person darf ich jetzt mögen? Die Kunstperson oder die politische, weißt du, was ich meine? Es ist so, und egal was jemandem vorgeworfen hat, genauso wie bei Michael Jackson, wie man gesehen hat, du kannst nie mehr. Der war aber schon doppelt in der Mix irgendwie. Der war auch schon irgendwie politisch in der Mix. Voll, aber ich glaube einfach, sein Impact war einfach so hell. Es war zu groß. Du kannst es nicht verändern. Egal, wo er hingangen ist. Genau. Es ging nicht. Hast du Michael Jackson früher als Kind viel gehört? Das war er auch. Das ist so grown up shit. Gell? Ja, sicher. Michael Jackson ist Michael Jackson, so you can't doubt the goat from music. Gibt es irgendeine Generation auf diesem Planeten, die nicht Michael Jackson kennt? Ich glaube nicht. Ich kenne es unserer jetzigen Generation schon. Zutrauen? Ja. Ich glaube nicht, dass sie, ich glaube sie haben schon erfahren, aber sie sind, diesen Moment mit ihm aufzuwachsen, ist das, was eigentlich so verloren gegangen ist, weil er nicht mehr halt, so. Ich sehe, was du meinst, ja. und ich glaube schon, wenn man Musik jemandem beibringen will, muss man mit, also sollte man schon mit, also man kann mit mir streiten jetzt oder diskutieren jetzt, okay? Man kann sagen, klassische Musik oder man kann sagen, von wo man herkommt, die Musik, weißt du, was ich meine? irgendein Rhythmus, irgendeine Melodie, irgendetwas, weißt du, man muss irgendwie, man muss irgendwie, weißt du, mit der Musik irgendwie aufwachsen, das ist wichtig. Ich will schon auch, dass, wenn ich mal Kinder habe, dass sie sehen, das hast du früher gehört, in der Zeit, weißt du, und ich sehe das, also, ich sehe das schon wichtig. Ich habe, wen habe ich gefragt? Ich glaube, ich habe Khalil oder Jonathan gefragt, ich weiß nicht mehr genau. Welche drei Alben, Top drei Alben, zeigst du deinem Kind? Ist es dein Ernst jetzt? Bro, Top drei Alben, die du deinem Kind, so, hör das, du Tschurksel. Persönlich meine. Deine Persönlich. Wo du sagst, das war, das wird diesem Kind, er muss, wenn er das, wenn ich ihm das zeige, dann wird er verstehen, was Musik bedeutet. ich würde, weil ich jetzt, ich muss ehrlich sein, wenn es die, wenn ich jetzt von mir gehe, okay, würde ich ihm, ähm, auf jeden Fall, ähm, Trilogy zeigen, von The Weeknd. Krack. Okay. Trilogy, spielt da eine große Rolle. Danach, zählen Mixtapes, du auch? Bro, was auch immer. Okay, oder Alben, sagst du? Deine drei Alben, bleib mal bei Alben, sonst ist die Auswahl zu groß. Okay, ich würde nehmen Trilogy. Ja. Ähm, oh, oh, ich will nicht. Dann, äh, von Travis Scott, Rodeo. Ah, okay. Definitely Rodeo. Das ist einer meiner all time, also all time, wirklich, Alben da draußen, weil, I love Travis Scott, wirklich, der Typ hat mich eigentlich so, diese Motivation gegeben, auf der Stage zu sein und dieses Gefühl zu fühlen, weißt du, was ich meine? Und, ich sag immer so, The Weeknd hat mir Verständnis gegeben, was, worüber, ist der so, worüber man reden kann, wie man seine Emotionen quasi rausbildt. und, ja, Travis ist halt der, der war so, weißt du, so, raged und, ich kann's nicht erklären einfach, er war einfach, er war einfach mit Swag, weißt du, in der Zeit. Ja. Und mir hat's einfach gefallen, wie, er war so eine Mixung von, du hast gemerkt, dass er einfach mit Kanye und mit den ganzen Leuten unterwegs war. Also, das war einfach so eine, so nice, wirklich, als Artist, man würde sich wirklich, der Werdegang von Travis war schon krank, wenn man den so hört, wie er reingestappt ist als Producer und dann rappen wollte und dann sein Rap halt am Anfang nicht so recognized wurde, obwohl du weißt, dass er mit, so mit Hove und mit Kanye und so produziert hat, aber trotzdem hat er nicht aufgegeben und hat, schau ihn heute an, schau heute sein Status an, so, das ist Travis Scott, der Typ hat schon gewusst, wo er sein wird. Und, letztes Album, zeige ich ihm von Youngta, Punk. Definitiv, ich zeige, von meiner biggest inspiration, wie seine letztes. Weißt du, wie es bei ihm gerade abgeht, also was da gerade los ist? Bruder, weißt du was? Ich kann dir, ich kann dir vieles erzählen. Bitte erzählen, weil ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe, die letzte Information, die ich hatte war, als Gunner rausgekommen ist und danach habe ich nicht wirklich. Bitte lass mich das erklären jetzt, okay. Youngta, okay, Youngta, a.k.a. Jeffrey Williams, okay, a.k.a. Sex, King Slime, King Slime, weißt du was ich meine? Schlepp, Der Typ hat ein Rico-Case. Ja. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Rico-Case ist, ein Rico-Case ist, das, was die ganzen Drogenbosse und alles mögliche bekommen, Das heißt, die ganzen Orgentypen, okay. Das heißt, man sagt, das, was Youngta vorgeworfen wird, ist, dass er ein Gangmember ist und dass er ein Gangleader ist von YSL und dass er der Shotcaller ist. Das heißt, es sterben Leute in seinem Namen. Und die Atlanta, Atlantas Leute, weißt du, die sagen so, hey, nein, wir wollen jeden Einzelnen, der was in irgendeiner Hinsicht, weißt du, Crime begeht, der soll auch dafür sitzen, weißt du, und auch einer darüber rappt. Das heißt, wir werden das beziehen, dass wir auch Rap-Lyrics verwenden in seinem Case und so. Ja. Und du musst denken, der Staat, stell dir vor, der Staat will dich in Häfen reinhauen, okay, für immer und ewig. Weil du in einem Beat was ich gesagt hast, das ist crazy. Aus deinen Lyrics und neben deine Twitter, deine Twitter-Comments, die du vor 2010 oder 2008 gepostet hast. Das ist crazy. Oder die investigieren ihn seit, keine Ahnung, seit der Typ in der Mörderinnen ist. Wirklich. Die haben Calls, die haben mal, du musst denken, die haben ihn wegen dem eingebungt, weißt du, die bankt dem in, because of that, und jetzt wollen sie ihm aber noch mehr Sachen vorwerfen, wie Lil Wayne Shooting. Weißt du, Lil Wayne sein Bus wurde mal... Wirklich. Und man sagt, das waren Young Turks Leute. Und du musst denken, wegen der Sache ist schon ein Typ in Häfen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und die wollen trotzdem irgendwie den Zusammenhang reintreffen, dass er Gangmember ist, okay? Sie kennen den und den und den, aber in der Tatortzeit war er nicht dabei, weißt du? Das aber auch als Shotcaller sozusagen. Sie wollen trotzdem irgendwie, weißt du, in Amerika das System, es gibt einen Judge und dann gibt es dann auch noch die Geschworenen, die Geschworenen, ja. Die Judges halt, weißt du? Und die müssen quasi alle, also die ganzen Jury und so, muss überzeugt werden vom Staat, dass er giltig gesprochen wird. Und die haben über 20 Judges, die haben über 20 Geschworene oder mehr, über, du weißt nicht wie viele, das ist crazy. Das ist halt bei denen so. Und die werden auch nicht gezeigt, weil die haben Angst, dass die Meier gehen und so. Und die haben auch nicht Dirk rausgelassen jetzt, weil sie Angst haben, dass Witnesses sterben und so und dass, ähm, dass Beweismittel irgendwie vernichtet werden und so type shit. Es ist crazy und es ist wirklich, es ist ein Zirkus. Du musst denken, es ist jedes Mal, wenn die Anwälte von Dirk irgendwas claimen, was Gutes, die wollen jedes Mal irgendeinen Twitter-Comment oder irgendein Video reinbringen, wo er einfach in the mud war oder irgendwas, Depper, das geredet hat oder so, oder Twitter-Comments, weißt du? Oder sie, du musst denken, sie singt von einem Lied, ich weiß jetzt nicht, welch, Dropping Juice war das, okay, Dropping Juice, sie singt, sie rappt, also sie liest die Lyrics vor, weißt du, wie sie es vorliest, wie es würde jemand sterben. Ja. Und, und, und das, was dann zum Beispiel der Anwalt sagt, er sagt dann so, so wie sie es vorgelesen hat, ist nicht mehr die Übermittlung, weißt du, die Vermittlung davon. Ich kann ihnen das Video zeigen, wo er drin, wo er da ist und das Lied so komponiert, weißt du, was ich meine und da, wie er es übermittelt. Der Kontext, sie nimmt den Kontext einfach raus. wie er es übermittelt und alles mögliche und der Staat sagt dann so, nein, weil das Video, das Musikvideo, ist nicht die originale Audio von dem Lyrics, was ich da vorgelesen habe. und der Typ sagt dann so, nein, wir zeigen das Video dann doch nicht, wenn es nicht wirklich eins zu eins die Audio ist, wie auf, wie in dem Song, wie, wie sie es auf dem, wie sie es behaupten. So, verstehst du diesen Zirkus? Du musst dir denken, sie nimmt die Lyrics, liest die schlechten Sachen vor, liest nur die schlechten Sachen vor. Sie fangt nicht Anfang an vom Song, sie fangt mittendrin, da wo der schlimme Teil ist. Ja. Und das ist so arg. Wie kann sie, und viele Sachen, wie, wie wird das, wie wird das in Zukunft dann, aber dann andere treffen, zum Beispiel jetzt, du hast so viele Rapper, die in ihren Songs über das und dieses und jenes. Oder Darko wird rauskommen wie Park, bro. Darko wird rauskommen wie Park. Niemals kann der Typ so drinnen sein. Du kannst nicht, du weißt nicht, das ist, das ist so, Leute würden sagen, er ist, ein murderer, dies und das und so, dies und das, bro. Dort wo er aufgewachsen ist, er kann dankbar sein, dass er heute noch lebt. Der Typ hat über sieben Kinder, acht Kinder. Was ist das, ich meine, der Typ ist ein grown-ass man, weißt du. Und ich finde es einfach arg, dass der Staat deine Texte nehmen kann. Das ist krass. Und nur ein paar Mal, wo ist deine künstlerische Freiheit da? Gar nicht. Und das ist das, was, und du musst denken, bitte lass mich dir das auch erzählen, weil das ist auch funny, diese, ich kann es jetzt nicht erklären, was das für eine Person ist, okay, aber das sind meistens die, die was in den News sind und das ist die Person, die was sagt, so ja, wir werden den und den, werden wir einbunken und der wird sein, okay, gegen der wird jetzt auch geklagt, weil die will eigentlich auch Trump, die will ja Trump richtig anklagen. und die wird jetzt gerade auseinandergenommen, weil der Judge, den sie ausgewählt hat, der was, die ganze Dings da von Donald Trump leiten wird, den hat sie gefögelt. Den hat sie gefögelt, Bro. Und die werfen mir jetzt alles vor, dass sie ihn bezahlt hat, dass sie Urlaub gemeinsam gemacht haben, dass sie gejobbt haben, alles mögliche, die wird jetzt gerade auseinandergenommen, weißt du, und sie, diese Person, ist auch der Grund, wieso Young Doug jetzt gerade in diesen fucking Jail Cell ist und dieses, was ist, das ist so crazy, es wird so 100% ein Mistrial sein, nämlich sobald die guilty ist, kannst Young Doug seinen Vorwurf genauso werfen, weil die Leute hat irgendwas entschieden, weißt du, was ich meine, die ist der Grund, wieso Young Doug drinnen ist, Bro. Ja. Die hat im Endeffekt jetzt, die wollte jetzt Donald Trump jetzt noch anpacken, ja, und im Endeffekt hat sie den, den Prosecutor, die Prosecutor hat sie gejobbt. Bist du deppert. Der, was dort, der, was dort, oh mein Gott, ich sag dir, Bro, dieses, ja, das ist crazy, das ist crazy. Tod ist crazy, ja. Okay, krass, krass, krass. Bringt der, ich hab letztens gesehen, er hat Musik rausgebracht wieder, gell? Hä? Was war das, Bro? Was war das, Bro? Er hat Musik jetzt wieder rausgebracht, oder? Ja. Young Doug. Ja, ja. Er hat ein Album, krass. Dings der Businesses, Business on Business, glaube ich, hieß es. Und ich weiß nicht wieso, es ist eh stark oder so, es ist eh stark. Young Doug hat so viele Lieder, der könnte noch, Eklat, Bro, der könnte wahrscheinlich zehn Alben machen. Ja, der könnte komplett noch über dem Wasser halten. Aber trotzdem, es ist nicht dasselbe. Ja, natürlich, natürlich. Weil du kannst das spüren, wenn jemand, ich wollte genau, draußen ist. Ja. Und du spürst es auch, wenn Artists, die schon verstorben sind und deren Musik dropt, weißt du? Fili hat mal gesagt, als damals... Das hörst du auch raus. Als... Zusammen geschnippelt haben. Wie heißt der? Popsmoke. Als Popsmoke verstorben ist und auf einmal diese ganzen Feature und so rausgekommen sind, die sagen, na Mann, ich höre das nicht, Bro. Das ist... Du merkst, es ist irgendwas komisch. Es ist irgendwas... Es ist so zu sehr zusammengeschnippelt, weißt du? Und man kann nicht, man kann nicht das raushören, wo er sagt, hey, ich will das ändern, so. Und das ist das, was halt ein bisschen schwierig ist und was man verstehen muss, wenn man in dieser Musikindustrie ist. Meinst du... Wie meinst... Wie glaubst du, werden diese Sachen nach dem Tod eines Künstlers geregelt im Sinne von... Wer kriegt diese scheiß Festplatte? Bro, das ist das, was du unterschrieben hast am Anfang. Das ist das, was du... Im Vertrag steht 20 Songs. Wofür du unterschrieben hast, ist das, wo es hinkommt. Wenn du es nicht daraus gemacht hast, dass es dein Dings ist, also dein Shit ist, wie willst du es jemals deinen Kindern geben können? Das ist true. Wenn du es nicht mehr behaupten kannst, dass es dein ist. Verkaufen nicht gerade alle Artists ihre Kataloge? Ja, Kataloge, ja. Was ist das? Warum? Du kannst es so sehen, das Lied existiert ja noch da draußen und streamt ja noch. Ja. Die ganzen Einnahmen können ihnen. Für die restliche Zeit. Deine Musik ist ja draußen viel Moniweg. Ja. Aber sie verkaufen ja den Katalog, damit gehört ja das Geld dann dem Unternehmen, dem du den Katalog verkauft hast. Ja, genau. Warum? Es kommt ja darum, wie du den Katalog einschließt. Also wenn du dein gesamtes Katalog verkaufst, dann ist es auch. Achso, du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich verkaufe einen Katalog, aber so diese Songs verkaufe ich. Genau. Diese Songs, die draußen sind, die verkaufe ich. Ja, so deine letzten Projekte. Eigentlich urschlau, weil du kriegst Instant Cash. Instant? Instant Cash und kannst dann auf dem noch mehr aus dem noch mehr Future Value. Er hat alles seinen Katalog verkauft. Lil Wayne hat nämlich seinen kompletten Katalog verkauft. Wie viel? 200 Millionen, glaube ich. 200 Millionen? Ja, straight up Gangster. Weißt du, was ich meine? Super. Du gehst zur Bank und holst 200 Millionen. So viel mit Lil Wayne Cash gemacht hat, alleine nur mit. Ja, ja. Es ist schon wurscht. Ja, ja. Der Typ misst das schon egal. Er ist Lil Wayne. Es ist aber so. Er ist Lil Wayne. Jeder kennt Lil Wayne. Ist er nicht einer, der jedes Mal, wenn ich auch into, er macht jetzt auch so eine Basketballshow und so, war auch so viel bei dir. Ich weiß gar nicht, was er im Moment macht. Bro, er ist so auf einmal halt so Podcast, also so Podcast-Type-Beat oder so halt Moderation für Basketball-Ding und so, er redet über die Lakers und so bla bla. Sagt so, wer getradet gehört, wer nicht getradet gehört und so. Ja, ja. Er ist so komplett drin in den Schmiss. Und ich schau ihn so an, wie er redet und so und er redet so ur-eloquent, ur-schön, ur-gut. Weißt du, ich denke so. Lil Wayne? Lil Wayne is on his shit. Ja, hör mal, wie er rappt. Ja, eklah. Hast du jemanden, der war so, weißt du, es ist wirklich arg, der Typ kann einfach so args bieten, dass sein Vokabular ist einfach crazy. Kennst du dieses, wo einer ihm seine Lyrics vorliest? Wo er so, who's sette? Who's sette, ja. You, me. Damn. Yeah, damn. Wie ging das nochmal? Ich weiß noch, ich kenne das Video eh, er sagt so, fix, ich glaube, das war, ich weiß nicht, wie der heißt, jetzt scheiße. Ist es so, ist es nicht in so einem Podcast gewesen von so einem Black Dude? Wie heißt der? Heißt nicht irgendwas mit Nard? Wie hieß der Podcast? Ich gebe jetzt an, Frank. Ja, recognize his lyrics. So lyrics, ja. Da, ja. Da auch, oder was? Ich habe von einem Podcast das aber gesehen. YouTube Premium und Monatgarter. Hier, hier. wir go. Stay sick and break sick. Better wear a late sick. If you don't want that late sick, then I think I'm late sick. Oh! 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 Schau deine Reaktion an. Er sagt einfach, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe. Bro, aber das ist, wenn du einfach insane wirklich deine Dots spittest. Unglaublich. Lil Wayne macht so viel Musik, dass es einfach so, du kannst nicht all deine Lyrics. Ja. Das geht nicht. Wie, wie? Stell dir vor, du machst, ich kann mir aber lernen zu dem, wenn ich jetzt Podcasts mache, 100 Folgen und einer fragt mich, du hast in Folge 3 das gesagt. Bro, willst du mich ficken oder was? Bro, wenn ich das sage, ab und zu, ich muss ehrlich sein, ich kann auch nicht, also meine Lyrics, ich merke sie mir auch nicht immer. Bro. Wenn ich nicht, das ist aber der Grund, weil ich sie entweder lange nicht mehr selber höre, oder wenn ich einfach, wenn ich es performe, ist es anders, weil dann gehe ich logged in. Ja. Da kann ich es abrufen. Aber ich muss dann so, jetzt direkt aus dem Winkel, wenn ich jetzt nicht sage, oh, ich habe das lange nicht mehr gehört, kann ich nur immer so Line für Line. Liegt es dir nicht auch oft daran, oder nicht oft daran, aber ist es nicht auch so, dass du freestylest, teilweise auch in deinen Songs? Doch, aber in letzter Zeit schreibe ich auch sehr viel. Ja. Ja, also ich schreibe, wenn ich schreibe einen Text und den durchgehe, dann es bleibt hängen, es bleibt immer hängen. Deswegen, Product of Your Mind bleibt mir immer hängen, Pound for Pound bleibt mir immer hängen, obwohl Pound for Pound eigentlich gepuncht wurde. Das heißt, Zeile für Zeile habe ich bedacht, wirklich bedacht und einfach rausgeballert. Boah, dieses Lied ist auch Fakten über Fakten über Fakten. Und Understood ist genauso entstanden. Understood ist Bar for Bar, ist einfach gekommen, du musst denken, ich habe mit... Pound for Pound und Understood ist für mich so... Du... Es ist ein schön... Es ist so wie Spider-Man 1 und 2, weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Es ist so angehaucht. Batman Begins, The Dark Knight. Ja, Dark Knight, ja. Oder zum Beispiel bei Understood war es so mehr 50, also so 50. Ich habe an 50 Cent eigentlich gedacht. Ähm... Ist das eine Inspiration für dich? 50 Cent ist eine Inspiration, ja. Aber jetzt so von... Ach, Brodop, weißt du, was ich meine? Ja. 50 Cent, G-Unit und so, weißt du, die Zeit. Weißt du, mit Eminem und so, das war normal. Weißt du, das war das Geile daran. Eigentlich so, unser Jahrgang hatte das Glück, dass einfach so orge Typen mit entstanden sind, weißt du, weil ich fand es halt nur schade, dass ich Tupac halt nicht... Das fällt mir eben so schwer, wenn mir jemand sagt, Bro, Tupac ist mein Lieblingsrapper, ich war so, Bro, ich hab... Wir sind genau in dem Jahr geboren. Bro, wir sind geboren, er ist tot. Wo er gestorben ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Er ist nicht mit uns großgekommen. 50 Cent? Ja, komplett. Jay-Z? Das war ja alles, aber du hast trotzdem Tupac gekannt und du hast Tupacs Musik auch gehört. Ja, genau, 100%. Das war ja alles valid, aber wirklich, weißt du, den Werdegang von den Leuten und so. Du hast gesehen, wer gekommen ist, wer Gruppe war und wer rausgegangen ist, wer Beef gehabt hat. Ich muss ehrlich sein, NWA habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber Dr. Dre habe ich mitbekommen zum Beispiel. Weißt du, Ice Cube habe ich auch mitbekommen, aber auch nicht so viel wie... Prime Prime. Ja, wie so Snoop Dogg habe ich fully mitbekommen, weißt du, weißt du, und zum Beispiel bei, wie war das, bei einem Artist habe ich so komplett, habe ich komplett ausgehagelt. Wer war das nochmal? Er hat nicht Snoop Dogg die geilste Karriere der Welt? Ich finde schon, er hat schon eine coole Karriere gehabt. Schon. Also, überall. Schon. Bis heute. Bis heute, ja. Ich muss schon sagen, Snoop Dogg ist halt auch der, der war halt immer so, weißt du, er war halt immer der Blazer, der was einfach da war. Ja, ja, ja. Und er hat einfach seinen Flow rausgeballert und... One, two, three... Er war einfach der Goat. Ich sage Long Beach. Man, full crew. Ich finde auch, ich finde auch alleine, wenn er redet, er redet und immer wenn er redet, er hat so diesen... Wie so eine Welle. Ja, du hörst ihm zu und immer wenn er zu dir sagt, Nephew, du denkst dir... Bro, ich will einmal, das ist nicht Nephew. Einmal, Nephew. Einmal, bitte, Mann. Come on, hey, Nephew. Das wäre, ich glaube, für jeden, der irgendwann einmal in seinem ganzen, in seinem Leben jemals mit... Ich glaube, es war der Aufkehr zum Rauchen. Ich vergieße. Das war Cap. Das war der erste Cap. Das war das... Bro, das ist so... Das ist so, als würde mein Opa mir sagen, ich habe auf... Ich trinke nur noch ein Bier am Tag. Weißt du, mein... Ja, fix. Opa. Ja. Das kannst du auch Oma dazu. Ja, fix. Die öffnet es vielleicht, die gibt er wahrscheinlich die Floschen. Ja. Aber ich denke gerade an das Album, was mich, was mich, also an den Artist eigentlich, was mich so geflasht hat. Als du jünger warst? Mhm. Ich muss ehrlich sein, ein Get Rich Die Trying, glaube ich, hat mich schon geflasht. Ich habe den Film... Oder Massacre. Weißt du, was das Lustige war? Ich habe die Lieder halt, das sind natürlich 50 Cent, aber nur so einzelne Lieder per Infarot gesendet gehört. Ja. Also so Candy Shop, das sind Klassiker halt. Aber nie so das ganze Album, weil woher habe ich das Album, wirst du? Bro, wenn ich dir sage, bei 50 Cent war es auch so, er hatte die geilsten Musikvideos in der Zeit, weißt du? Und er hat so ein Musikvideo gehabt, wo er so animiertes, animierte Game, es war so ein Video-Game. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ja, ja, ja. Das war krass. Ich wollte das unbedingt spielen. Und es gab ein Game, das hieß Def Jam, glaube ich, irgendwas. Def Jam, da waren irgendwie alle Rapper drinnen und du hast dich gefetzt. Ja, ja, ja. Das war so geil, Bro. Das ist krass. Das war extrem geil. Und ich finde, wenn du so heutzutage so etwas heutzutage geben würdest, ich glaube, die Leute würden da shitstormen, Bro. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil du könntest heutzutage nicht ein Game machen, wo all das sich gegeneinander fetzen. Aber wie geil wäre das Spiel? Stell dir vor, du kannst spielen, Bro. Du nimmst, keine Ahnung, Bro. Du nimmst Kanye und du nimmst Kendrick. Die haben das eine Zeit lang mit Wrestling gemacht. Glaube ich mit WWE Mods. Die haben so die Artists so, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, die haben... Ach so, dass du so, ja, ja, lass du dir das Ding... Aber ich meine, stell dir vor, ein komplettes Spiel, es ist so Kanye und es ist aber auch so Kanyes Stimme. Ja. Und du nimmst so Kanye, fetzt dich so mit Kendrick Lamar. Fieks. Das wäre so krass. Das wäre das geilste Spiel auf diesem Planeten. Das wäre jetzt Kanye mit Taylor Swift, zum Beispiel so... Tag Team mit Travis Kelsey, Bro. Verstehst du, was ich meine? Das wäre aber so in dem Game jetzt so... Krass. Das wäre arg. Das wäre urcool. Leute würden das halt so ur... Ah, ja, stimmt. Sie würden das dann ja wieder, weil Leute sind komplett kaputt im Kopf. Exactly. Und ich glaube, all die selbst würden das auch nicht feiern. Ja, wahrscheinlich, wenn ich ein Artist bin, würde ich das auch nicht feiern. In der Zeit gab es nicht wirklich, weißt du, in der Zeit war die Technologie jetzt nicht so arg. Ja, stimmt. Du hast quasi den Artist in ein Game reingebracht, die haben, weißt du, du hast eine Storyline gehabt oder du bekommst, dass die so ein Battle haben, das war krank, weißt du, aber heutzutage wir sind so fortgeschritten einfach, weißt du, mit der Technologie... Wie geil wäre es, wenn ein Künstler oder so ein... Sagen wir zum Beispiel ein Jay-Z. Ja. Ein Jay-Z macht ein Spiel, wo es um sein Leben geht. Ja. Und du gehst so diese Schritte, die er gemacht, weißt du, du bist so ein bisschen Ticker, dann du kannst dich so entscheiden, je nachdem, wie du dich entscheidest, verläuft es anders, aber im Endeffekt kommt es immer zu dem selben Ding, weißt du... Das erinnert mich an ein Game, wo du so einfach durchklicken kannst. Detroit Become Humans, heißt das, gibt es zum Beispiel, oder dieses Heavy Rain. Okay. Ähm, das waren so die, die... So Story-Click-Spiele. Genau, genau, so Story, wo du entscheidest dich, wie es weitergeht und so, aber oh, gut auch. Zum Beispiel, Detroit Become Humans ist eines meiner Lieblingsspieler, ich will das nur kurz nicht. War es nicht so ein, war nicht auch so ein Zombie-Game, irgendwie, was berühmt war? Oh. War so ein Klick. Ups. Oder ich habe mich so geflasht, Alter. Ich habe mich gerade auch mutig geflasht. Bist du der, Bad? Detroit Become Humans. Ich will dir das Spiel nur kurz zeigen, damit du verstehst. Weil das Spiel ist eines der krassesten... Was? Krassesten Spieler, die ich immer... So kenne ich das nicht. Bro, das ist halt... Du musst halt dich so... Ups, da ist es gewesen. Du musst, man muss sich halt so durchklicken, also durchklicken, du wirst es jetzt nicht. Sieben Jahren? Was habe ich verpasst, Bro? Ich habe das Game gar nicht mitbekommen. Das ist ein 16-Trailer. Ich kenne das Spiel nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Oh no, er ist ein Roboter und du musst ihn dann... Schau. What the fuck? Du musst dann so Untersuchungen machen, Untersuchungen einleiten, hin und her, Entscheidungen treffen. Und du musst dann zum Beispiel entscheiden... Es ist dann so eine Entscheidung, verhandle, sprich zu ihm, weißt du, du musst ihn so überzeugen, das nicht zu tun. Du kannst verkacken. Zum Beispiel, wenn du die Mission verkackst, er schmeißt sie einfach runter. Und das Spiel geht aber dann weiter und je nachdem, wie du dich entschieden hast, sozusagen... Er lässt sich mit ihr fallen. Das gibt es auch, weißt du. Es gibt so mehrere Szenarien, die passieren, je nachdem, wie du die Aufgaben löst, welche Sachen du drückst, weißt du, hin und her. Und... Was ist Org? Dieses Spiel ist crazy Org. Also, das ist so ein Brainfuck-Game. Und wenn es sowas gäbe, von einem Artist als Spiel... Das wäre schon geil. Das wäre urge... Stell dir vor, du triffst zur Entscheidung, es steht so... Seine... Wer hat Jay-Z zum Beispiel gesigned? Ja. Sag mir irgendeinen, den Jay-Z gesigned hat, der jetzt erfolgreich ist. Alle, die in Rogue Nation sind. Rihanna. Jeder, ja. Stell dir vor, du kannst... Es ist so Rihanna auf den Tisch und du musst entscheiden, wie überzeugt ich sie, dass sie Vertrag unterschreibt. Blablabla, es ist so... Die Storyline, so wie es dazu gekommen ist. Ganz krass. Das wäre so geil. Das ist ja schon krass. Das wäre so in der Art Film, so Dokumentation, aber gleichzeitig so... Game halt. Game einfach. Aber mit irgendwie selber entscheiden. Genau. Wie es ausgehen wird. Ja, ja. Schon krass eigentlich. Schon geil. Aber man müsste dann so die ganze Story irgendwie auf verschiedenste Wege aufteilen. Ja, ja. Das ist schon... Bro, aber dieses Spiel... Du kannst es ja... Du kannst es jedes Mal, wenn du es spielst, ändert sich die... Wie es ausgeht. Zum Beispiel bei meinem Ende war... Am Ende machst du so eine Revolution mit irgendwelchen Dingen, mit so anderen Androids, bist so Revolutions auf einmal. Und du kannst dann entscheiden, so bringe ich mich selber um, bringe ich den um und hin und her. So, okay. Und am Ende war bei mir halt... Ich habe mich selber umgebracht. Okay. Die letzte Entscheidung war, töte dich selber. Es war so x... Es gab nichts anderes. Es war nur töte dich selber. Es gab nichts anderes. Ich war so, okay, ich bin jetzt einfach tot. Dann gibt es zum Beispiel... Dann schaue ich mir halt andere Enden an. Es gibt so sechs verschiedene, glaube ich, war es. Wirklich? Sechs verschiedene, wie es endet. Du kannst zum Beispiel... Es gibt drei Hauptcharaktere. Wenn zum Beispiel ein Hauptcharakter stirbt, seine Story ist vorbei. Deshalb, es gibt für jeden Hauptcharakter, glaube ich, zwei Enden. Und es gibt halt drei Hauptcharaktere, deshalb halt... Okay. Weißt du... Ich glaube, so war es... Oder es gab sogar mehr oder neun. Sechs oder neun Enden. Weißt du, je nachdem, welchen... Ja. Das war grosses Spiel. Hat mein Leben verändert. Unglaublich. Wirklich? Ich habe das noch nie... Ich habe noch nichts gehört. Alter, dann... Nichts. Fünf Jahre später... AI. Weißt du, was ich meine? Das ist so crazy, man. AI ist das Org gerade momentan. Ja. Schon sehr heftig. Ja. Finde ich auch. Die Story... Also es macht mir auch schon Angst eigentlich. Es ist ur die Veränderung für unser ganzes Leben. Komplett. Irgendwie, es nimmt sehr viel Arbeit ab. Ja. Man kann sehr vieles Gutes damit beginnen, aber das dann anzufangen, dann in Roboter einzubauen und so. Ich sage dir nur, Film iRobot. Bro, wir haben Filme gedreht Matrix. Wir haben Filme gedreht iRobot. Wir haben Filme gedreht... Ähm... Fucking... Fucking Iron Man, Bro. Am Ende Iron Man, AI wird selbstständig, er wird Bösewicht. Wir drehen all diese Filme, wo wir sagen, herrscht, wenn wir das machen, wir gehen Maya. Wir gehen Maya. Und was wir so... Nein, nein, nein. Tch, tch, tch. Wie wollen wir es herausfinden, wenn wir es nicht mal gemacht haben? Ich habe letztens meiner Freundin gesagt, wenn wir als Menschen die Möglichkeit haben, etwas zu tun, liegt es in unserer Verantwortung, es zu tun. Einfach nur, um es getan zu haben. Ja, ja, fix. Wir wollen dann, weißt du, wir wollen was gekakelt haben und dann sehen, wie das für uns akkelt. Ja. Das ist das, was Mensch sich entwickelt hat. Ja. Ich möchte mit meinem Leben so wenig... Comfortable. Comfortable machen. Genau. Was nicht schlimm ist. Es ist eigentlich schlimm, aber wenn du es selber erstellst, dann ist es was anderes als... Interfering, man. Irgendwann, irgendwann, also... Ich hasse es mich eigentlich, um AI zu unterhalten. Bro, reden wir über was anderes, ich wollte dich hier fragen. Hast du, hast du in nächster Zeit vor, Album, Mixtape, EP, Singles, Videos? Du weißt ja, I go by Love or Hate the Realist. Und ich habe vor, hoffentlich dieses Jahr, bin ich, also ich bin ready für dieses Jahr Tape, so Love or Hate the Realist. Einfach mal die Wave und den Sound, den ich über die ganzen Jahre aufgebaut habe und einfach zu zeigen, dass ich nicht aufgegeben habe, also... Ja. Und Love or Hate the Realist hat die Bedeutung einfach, weil die Person, die mich ausmacht... Ja. Ich bin ein Realist-Dude. Das heißt, du kannst es so sehen, wie du willst. Du kannst ein Realist-Dude haten oder lieben. Weißt du, du kannst lieben, weil er so real ist, oder du kannst ihn hassen, weil er so real ist. Und deswegen Love or Hate the Realist, weil diesen Effekt kann nur, also lieben, eine Person zu lieben. Ja. Oder, weißt du, so in dem Szene ist es so, wie es dir, you my brother, Love, oder eine Person zu haten, wie... I feel like you my enemy, because you tell me something. Weißt du, 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 weißt du... Aber ab und zu heißt es nicht auch, immer der Realist zu sein oder Realist sein zu wollen, weißt du, das ist nicht der Sinn. Ja. Es ist wirklich eine Realist, das steckt in dir, du hast es oder du hast es nicht. Kurz gesagt. Ja. Alright, my brother. Alright, man. Thank you. Thank you for being here, man. Thank you, man. Shit. Shit. Skrr, skrr. Skrr, skrr. Skrr, skrr, skrr. Skrr.